Okay, Start Co-Op-Campaign. Lol, warum durfte ich meinen Charakter jetzt nicht erstellen? Ich glaube, das müsste eigentlich nochmal kommen. Vor allem, du kannst dein Aussehen eh ändern, wie du willst. Ganz ehrlich. Oh, okay, okay. Oh mein Gott. Oh, nee, 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 nicht skippen, sorry. Ich dachte, ich komme ins Menü. Aber dass man abstimmen muss, ist cool. Ja, ich will nämlich die, ähm, die Wollscheiße ausmachen. Egal, kommt noch. Das Intro schon, Alter. Du bist auf Deutsch, ne? Ey, bei mir ist es auf Englisch und mit deutschen, ich sag mal, Übertiteln, weil die oben sind, damit nichts verdeckt wird. Schon faul, Alter. Keine Angst, Alter, die Story ist mega irrelevant. Hast du mit dir so zu keinem, was in Saints Row 2 passiert ist oder so? Stimmt, das gibt es ja auch noch. War wahrscheinlich mega, wie, wann, wann kam Saints Row 3 eigentlich raus? Keine Ahnung, aber das hat mal andere Engine und ich hat es angefangen, aber es hat mich noch nicht so viel Spaß gemacht. Okay. Ja, das ist halt älter. Saints Row 1 gibt es nicht mehr auf PC. Ist Konsole dann wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Ist so irgendwie PS2 oder so? Nee, Handy, Alter. Sonst die Alternative. Ja, lass mich, okay. Ha, PS. Wie war das mit, es gibt keine Superkräfte? Ja, sorry. Ich voll Gas, Mann. Ich voll Gas. PS ist der Einzige mit Superkräften. Ach, echt? Ja, er ist schwarz. Guck, Basketball. Superäumt! Japanische Kommerzale. Ein leichtes Geld, der du noch kriegst. Grand Lawson ist da gerade oben. Sind wir bereit für das? Keine Wörter. Ich mache meine eigene Stunts. Hey, du bist nur ein Riechstück, Mann. Also nicht alle Hongkong-Style in da. Ich bin ein Method-Aktor. Wenn ich einen Saint mit einem Grad emotionaler Wahrheit spielen würde, ich muss es real machen. Hm, hm. Fass mich, Berk. Fass mich real. Diese Masken, Alter. Ja, Johnny Gett ist quasi der, der Coole. Ich merke schon. Kennen wir ja eigentlich von Saints Row 4. Ja, aber schon so lange her, ich kenne keine Namen mehr. Und die Story habe ich auch schon eigentlich vergessen. Ja, ich kenne keine Ahnung. Saints Row 4 ist einfach nur Aliens. Ja. Ja. Ich kenne kein Riechstück mehr im Punkt. Sie sind in der Scheiße übersetzt, oder? Wie denn? Gangster Boah Oh, das ist anders Die Oma hat einfach ne Knarre gezückt, was geht ab? Nicht für die Oma spielen Das ist mein Plan Das ist mein Plan Das funktioniert für mich Alter, ich hab irgendwas im Hals stecken So ne Scheiße Lass mal auf damit Das sagt jetzt mein Hals, Mann So, ich geh jetzt in die Option Das hatte ich jetzt auch posiert, ne? Los geht's Alles klar Ah, ich dachte grad, mein Fadenkreuz war weg Aber ich hab ein bisschen Alter, ich hab lange keine legitimen Sachen mehr ins Roll gemacht Ich hab einfach nur Wurde es mir die Augen gelten jetzt? Ja, ne? Ja, ja, klar Okay, weil ich mal das Sound ein bisschen lauter ist, eh, gar nicht Ich muss ja was hören hier Okay Ah, was hab ich verhoffen? Oh Leute, ich hab eigentlich ein ganz gutes Roster am Waffen Ich nehm die AK Jo, ganz schön viele Waffen, Alter Geht's! Geht's, Murk! Let's keep moving Hm, watch me dance, nigga Oh fuck Doch nicht Guck Oh shit! Oh shit! Oh shit! Lol, Alter. Ah, das ist die gegnerische Gang. I see, I see. Weil wir haben in dem Spiel irgendwie drei gegnerische Gangs. Die einen sind mega die Emus, die anderen sind mega die Nerds und die einen sind so Wrestler. Was? Wrestler? Ja, legitim. Die heißen irgendwie die Luchadores und die sind alle so in Wrestling-Kleidung. Oh shit, ich hab unseren Bro abgeknallt. Ja, ich auch. Oh shit, ich glaub nur der eine Charakter von uns beiden ist in den Cutscenes, Sal. Stimmt. Es wäre lustig, wenn der andere einfach so scheiße im Hintergrund steht. Habe ich die jetzt in meinem Hintergrund, oder? Das ist glaub ich irrelevant. Du denkst du, du kannst uns stoppen? Wir müssen sprechen. Ich soll ja mal ein Autogramm... Warum gebe ich denen grad ein Autogramm? Weiß nicht, warum machst du's? Ich weiß auch nicht. Warum? Kann man auch? Wir haben grad besseres zu tun. Alter, wie mach ich nochmal Melee-Angriffe? A mit F. War das du grad platziert schon? Ne, das warst du. Weil ich war grad noch am Platzieren, warum ist dich denn hochgegangen? Ich stand doch in der Bombe. Die war in meiner Hand. Du musst besser aufpassen, Bro. Anscheinend. Oh, das wird mega fun, ähm, Fahrzeuge zu grinden, weil wir können irgendwie so Sachen bei uns in der Crib abstellen und die haben wir dann einfach im, ähm, im Inventar sozusagen. Wenn du so einen Helikopter willst, du musst einfach so einen Helikopter klauen irgendwo und den zurückfliegen, ohne abgeknallt zu werden. Lol. Das geht auch in GTA so, in GTA 5, aber das geht nur mit, äh, mit Scheißautos. Oh. Alter, das ist immer ne Flashbang, Alter. Rüh, Alter. Oh shit, das sind Leute mit Armor, what the fuck. Jetzt müssen wir gegen richtige Menschen kämpfen. Wie, wie sorgt mein AK 120 Schuss, hallo? Wir haben unendlich viele Schuss. Ja, aber ohne nachzuladen, so einen auf diesen. Oder ist es keine AK? Wait, hab ich ne LMG nicht? Bisschen Extendeds, äh, Magazin. Bisschen. Von 30 auf 120. Schon nicht so schlecht. Ich geh auf die Pistole, wenn's denen nicht passt, jetzt mal achten. Ja, okay. Wenn du das sagst. Ich bin mir auch ziemlich sicher, es ist unmöglich in Saints Row, äh, zu sterben, außer du stellst auf Hardcore oder so. Okay. Pass auf was du gestellt, normal wahrscheinlich, ne? Ja. Achso, das ist ne Leiche. Ich hab zu lange auf den geknallt. Da gibt's ne Shotgun, das ist wohl ne MP. Okay, die ist auf die Entfernung nicht gut, hätte ich mir auch denken können. Ich glaub, die einzige Wege, wie du selber umbringen kannst, äh, ist, wenn du dich dumm selber umbringst. Und da gibt's einige Wege. Werde ich bestimmt noch rausfinden, so wie ich mich kenn. Ja. Die kommen nur von einer Seite, das ist easy. Ich sag so krass. Ja, ja. Ich sag nur Molotows aus dem Auto schmeißen. Und das eigene Auto damit treffen. Ja. 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 Papa. Das stimmt mir gar nicht. Ich glaub, du kannst doch permanent mit dieser Maske rumlaufen, wenn du willst. Die ist ja geil. Scharfschütze oder sowas? Wo? Rechts oben bei uns ist aber irrelevant. Ich kann halt nicht rechts hinziehen. Doch der eine vor uns sollte er abknallen. Das wäre ganz gut. Okay. Arschloch. Easy. Ich habe euch gesagt, das ist easy. Das meine ich, der Laser kommt von dem Heli. Kann man abschütteln? Kann man? I don't know. Augenscheinlich. Alter. Splatter Movie, let's go. Michael Bay. Alle auf den, auf den, auf den Cobra oder wie der heißt. Ja, das müsste eine Cobra sein. Nachladen. Alter, ich dachte, da kriegen wir uns rein. Yo, amena. Hängst du auch runter? Ja. Die scheiße. Weiter schießen. Anstatt hoch zu klettern oder sowas. Ich habe keine Probleme im Leben. Alter, ich kümmere mich mal um die. Hä, ich habe den Eier. Hä, what the fuck? Passierte gerade der eine? Ich habe den anderen geschossen, der hat sich die ganze Zeit die Eier gehalten. Und ist immer so ein bisschen zurückgebounced. Ich glaube, das soll so nett sein. Was schießt ihr überhaupt die Eier, Mann? Das ist absolut unmännlich, was du da machst. Der ist aber nicht gestorben, Alter. Ja, du hast ihm ja nur in die Eier geschossen, das ist ja nicht lebensgefährlich. Ja, aber... Oh, ich glaube, ich habe gerade einschießen. Ich glaube, ich habe ihm gerade einen mit RPG gesehen. Das wäre nicht gut. Können wir drüber reden, wie schlecht die Polizei ist? Die haben um einiges mehr Leute als wir. Ein Spezialanleit, offensichtlich. Am Helikopter erstmal ganz in die Nähe fliegen. Anstatt dass er schießt, was macht der? Oh, nein, 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 nein! Er hat gerade Stunts gemacht? Scheiße. Ich habe gewusst, dass das irgendwann passiert. Ja, easy. Das Problem mit Saints Row ist relativ langweilig, weil alles, was ich hier sehe, habe ich im Real Life schon mal gemacht. Ja, stimmt. Oh, Lord. Oh, shit. Okay. Jetzt dürfen wir zu unserem ersten etwas. Ich will so früh wie möglich Schönheits-Operationen machen. Von mir aus. Alter, wir haben so wenig Respekt bekommen in GTA oder sowas. Steigst du direkt gleich mal 50 Level auf. Nach der ersten Mission hier kriegen wir so ein bisschen. Ah ja, das war auch nicht sehr respektabel. Ah, jetzt kann ich custom als Charakter. Du auch? Mhm. Nice. Alles klar. Ich bin manchmal ganz gespannt auf deinen Charakter. Ich weiß nicht, ob man es gleich in der Cutscene sieht. Du siehst nur dich selbst entscheidend erstmal. Ja. Alter, meine. Echt hässlich. Du bist das deiner? Du bist dein, ne? Ja. Oh, Mann, oh, Mann. Wir werden wohl bald sehen. Meiner ist, in der Cutscene auch fett hässlich, Mann. Ist ja nicht mal den Mund von meinem Typen richtig leider. Ich weiß gerade irgendwie gar nichts von der Story, ich sollte mal aufpassen vielleicht. Die Story ist halt echt irgendwie wild. Das sind die Kette. Dieses Akzent, oder? Briesing. Alter, wenn ich gucke, er war auf meinen Beinen so, der ist so nebendran. Und er füllt den Raum in so einer Hässlichkeit. Und keiner sagt irgendwas. In diesem Universum ist das wohl normal. In diesem Universum ist das wohl normal. In exchange for 66% of your monthly gross revenue. That is before taxes of course. Listen you fucking fucker. Please, I am Belgian. So make yourself a fucking waffle. We done here. And I had so hoped to come to a rational business arrangement. Von der Seite sieht manchmal noch schlimmer aus. Warum guckte meiner so halb tot, Mann? Ich glaub legitim, deiner ist hässlicher als meiner. Ich kann nicht aufhören zu lachen, wenn ich den sehe, Alter. Der sieht so traurig aus. Wenn wir hier die Leute abgeknallt haben, müssen wir uns erstmal anschauen. Schade, dass du im Drive-Stick bist. Ich seh dich ja dann in der Aufnahme. Oh Mann. Dieser Typ. So. So, cl Judah. So, so. So,